Das fühlt sich so ein ganz zu zweit zu fahren. Wir sind bereit? Ja. Gehts? Ja. Sitzt du schon oben? Ja. Mit beiden Beinen? Ja. Oha. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich nehme gerade zum ersten Mal in Wien den Alex mit. Na grüße. Es ist auch kalt. Mir ziehts bei meinen Füßen rein. Ich fahre gerade in die Arbeit und ich bringe den Alex zum Zug. Und ja, zeitlich extrem knapp, aber es geht sich aus. Aber es geht sich aus. Alles klar, Mann. Wie die Leute so schauen. Die ist so kalt, oder? Die ist kalt. Echt? Wirklich? Achso, ich habe die dicke Hose. Aber echt, jetzt nimm dir das nächste Mal die dicke Hose mit. Weil dann können wir vielleicht auch wieder mit dem Vienna Grump Squad, falls sie auf diesen Platz kommen. Weil es gibt in Wien anscheinend so einen neuen Spot. Also eh schon länger eigentlich. Aber ich war noch nie dort. Und es soll angeblich voll cool sein, weil die üben dort immer Wheelies und so. Und ich will dort unbedingt mal hinschauen. Vielleicht machen wir das mal in einem Video. Fahren wir dort mit. Falls die noch hinfahren und es nicht schon so kalt ist. Weil es sind schon immer mehr. Wintern jetzt schon die Motorräder ein. Voll traurig. Oha. Leute, das geht viel leichter, als man denkt, wen mitzunehmen. Jetzt kommen wir gleich zur ersten Kurve. Ich bin schon gespannt. Ich fahre sie am besten ganz weit außen an. Dann ist es einfacher. Wichtig, immer enge Kurven außen anfahren. Das habe ich in der Fahrschule gelernt. Wie ich umgefallen bin. Aber das Gute ist, wenn du oben sitzt, komme ich mit beiden Beinen runter. Das ist ein Vorteil, ja. Doch. Jawohl. Ja. Und ich bin nicht über die Linie gekommen. Das nenne ich mal einen Fortschritt. Oh Gott, scheiße. Ist das geil. Jawohl. Und wie fühlst du dich so bei mir hinten drauf? Ja, eigentlich ganz gut. Ich fühle mich sehr komisch an, weil man selber keine Kontrolle hat. Die Leute. Ich schwöre, wie er hinten sitzt. Der Stau fackt mich an, deswegen hat man ein Motorrad oder nicht. Der Stau fackt mich an, deswegen hat man ein Motorrad oder nicht. Der Radfahrer. Der Rad ist weg und es geht weg. Nein, jetzt fährt der da auch rüber. Ja, Mann. Ja, das müsste ja ausgehen. Ja, easy geht sich das aus. Ja, jetzt kommt wieder die Winterzeit. Jetzt müssen wir wieder mit dem Zug fahren. Aber es hilft nichts. Mit dem Motorrad unter 15 Grad auf der Autobahn kannst du es vergessen. Aber echt jetzt. Das fühlt sich so arg an zu zweit zu fahren. Ich fahre jetzt wirklich ohne Scheiße. Ich fahre jetzt zum ersten Mal zu zweit jetzt. Also außerhalb vom Westergelände und so. Habe ich jetzt überhaupt geblinkt? Ja, wenn ich nervös bin, vergesse ich gerne noch solche Sachen. Wenn man mal fährt, gehts easy. Das Langsamfahren ist so schwierig. Also wie ihr seht, auch wenn ihr vielleicht nicht so kräftig seid und klein, ihr könnt auch wen mitnehmen, der Schwere ist als ihr selbst. Natürlich ist es physikalisch eher vom Vorteil, wenn der Schwere vorne sitzt, wegen Gewichtsverteilung und so. Aber es ist kein Problem. Geil. Ihr müsst nur aufpassen beim Langsamfahren. Und ich empfehle euch wirklich, wenn ihr stehen bleibt, dann bremst mit der Hinterradbremse. Also vor allem mit der Hinterradbremse. und weniger mit der Vorderradbremse. Weil das gibt euch mehr Halt und ihr neigt nicht dazu, dass ihr den Lenker vielleicht einreißt und dann fliegt ihr. Das war immer so mein Ding, warum ich da meistens hingefallen bin. Warte, ich lasse dich aber vorne aussteigen, weil die Trafik ist auch vorne. Ich fahr noch vor. So, jetzt sind wir auch schon angekommen am Westbahnhof. Ich bringe den Alex zum Zug. Was? Ja, das ist ja der Westbahnhof. Ja, das ist ja der Westbahnhof. Ja, eh, Westbahnhof. Passt schon. Nur, du musst dir noch Ticket kaufen. Und das Ticket, das kaufen wir nämlich hier. So. Das Ticket, ich darf da jetzt nicht reinfahren. Aber du musst da aussteigen. Da ist dein Ticket. Wie hast du dich gefühlt beim Mitnehmen? Ja, war ganz gut. Es fühlt sich auf jeden Fall krass an. Du musst da unten rein, da ist die Trafik auf der rechten Seite. Da unten rein, da durch, immer gerade. Da ist so eine Abschreckung, die gehst du nach unten. Und dann rechts rein. Ich liebe dich. Bis Dienstag. Oh Mann, jetzt konnten wir uns irgendwie gar nicht richtig verabschieden. Aber ihr seht, der Stress ist real. Ich muss mich jetzt echt schon beeilen, dass ich nicht zu spät zur Arbeit komme. Obwohl, naja, okay, nein, es wird sich easy ausgehen. Ich werde sogar 5 Minuten zu früh da sein. Aber trotzdem. Und Alex erwischt jetzt noch seinen Zug. Der geht nämlich um 40 und wie ihr seht, das ist 24. Deswegen, ja, ich muss noch ein Ticket kaufen. Und ihr wisst, lieber ein bisschen zu früh da sein, als zu spät. Da redet genau die Richtige. Ich kann eigentlich immer, immer, was geht zu spät. Aber wirklich nicht absichtlich. Es tut mir echt so leid. Also, ich lasse die Leute nicht absichtlich warten. Aber vielleicht kennt das der ein oder andere von euch. War richtig geil, mal das Gefühl, wen mitzunehmen. Und, ja. Wie ist es euch so ergangen? Habt ihr schon mal wen mitgenommen? Fahrt ihr öfters zu zweit? Schreibt es mal in die Kommentare. Und, ja. Bis zum nächsten Video. Tschüss!